hallo hier kommt wieder eine folge der kleinserie ich packe ein paket und um diese jahreszeit immer das gleiche meine schwester hat geburtstag und dafür bekommt sie jetzt das paket ich werde später noch andere sachen machen aber was ganz ganz wichtig ist zeige ich hier in diesem video diesmal mit einem stativ mit einem neuen stativ damit auch alles schön wird so als erstes das magazin made by me das ist das heft die nummer 10 winter 22 23 das ist ein reines strickheft das kaufe ich mir gerne ich mag die bilder und die designs und habe mir zwei drei anleitungen für mich rausgeschrieben raus kopiert und den rest den dieses heft schenke ich meiner schwester weil sie mehr strikt als ich und weil sie da vielleicht viel viel mehr rausholen kann ich habe mir zwei seiten raus kopiert und schaue ob ich vielleicht noch eine mütze oder irgendwas in diesem winter arbeite so dass der nächste wunsch die ist ja sehr genau meine schwester wünscht sich immer sehr genau die hat gesagt ich brauche ein körbchen die sonne scheint ungewöhnlich und deswegen wirkt dass du ein bisschen also ein körbchen aus textilgarn 16 cm weil sie ein wolle bobble hat der genau da reinpasst und das habe ich auch gemacht ein ganz ganz toll musste und weil es ja an geburtstag ist habe ich dann in einem sonderverkauf einen genau passenden wolle bobble gefunden und das bekommt sie von mir geschenkt körbchen inklusive garn die nächste herausforderung also für mich war ihr wunsch sie möchte von hobby den teo das ist eine schildkröte die anleitung habe ich mir runtergeladen die gibt es kostenlos bei hobby.de und ja ich bin ich habe meine schwierigkeiten mit amigurumis aber ich habe es geschafft diesen kleinen teo nach ihren wünschen nachzuarbeiten diesen volleyball habe ich jetzt eben gerade noch gemacht der war eigentlich nicht vorgesehen der sieht aber schöner aus und diese augenbrauen da muss ich sagen da bin ich zu einer freundin gegangen und die hat das mir drauf gesteckt weil ich mit nadeln und nähen immer noch nicht die fähigkeiten habe die ich mir so wünsche also der kommt auch ins paket und dann natürlich eine passende karte dazu so und das war es für heute vielen dank fürs zuschauen wenn ich wieder ein paket packe ich nenne das sogar in boxing dann zeige ich das natürlich mal wieder mit einem video auf wiedersehen